Die Sendung wurde live untertitelt. Und ich habe eine Schwäche für Männer. Im Grunde völlig normal. Aber nicht revolutionär. Ich liebe dich sehr, David. Bei dem Gefallen, von dem ich sprach, geht's und darf. Er hat noch nie mit deiner Frau geschlafen. Willst du ihn nicht einweinen? Was anderes fällt dir wohl nicht ein. Der Junge gefällt mir, ja und? Diego, du glaubst nicht, wie schön es ist, mit einer Frau zusammen zu sein. Ui, die Vorstellung allein. Wir wollten immer offen zueinander sein, nicht wahr? Was hast du in dem Diplomatenauto gemacht? Ich verlasse das Land. Ach, du bist wunderbar. Dein einziger Fehler ist und bleibt, dass du nicht schwul bist. Nobody's perfect. Dein einziger Fehler ist und bleibt, dass du nicht schwul bist. Nein.